Demi, du hast lange nicht mehr gespielt. Ich glaube nicht, dass du alle Rulings wieder kennst, die neuen Sachen. Ich werde dich rasieren. Komm her, Mann. Oi, was geht ab, Leute? Team Abelt hier. Heute wieder mit einer weiteren Folge der Line in der Liga. Heute dreht Chong gegen Kujiru Yuga an, Satella gegen Magispector Magician. Das Video und das Duell ist noch von vor der Bandliste, von dieser Adjusted Bandliste. Also ist Luster und Skullcubot immer noch auf 3 in Demi's Deck. Also wird es ein bisschen schwieriger für Chong, aber mal schauen, wie das Duell so wird. Ansonsten viel Spaß beim Duell. 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020